Therapie, das braucht Zeit. Das geht nicht einfach mit einem Fingerschnipp und auf einmal wird aus einem Schwerverbrecher ein Messdiener. Sie sind... eine homogene Gruppe. Die sind schwul, ja? Ich hab noch nie irgendwas angestellt. Du hast die Eier von dem Freund, von dem Stecher, von deinem Frau. Du hast einen Tisch fest getackert, erinnerst du dich nicht? Im Uhrzeigersinn! Wie ihre Uhren gehen ist mir scheißegal! Jeder Mensch kann sich ändern. Jeder. Geisel-Name. Wer? Weg mit dieser Scheiße! Das ist Ivan Ibramovic, der Kopftobus-Maria hier. Und er hat wirklich auch eine sehr schwierige Biografie. Also ich arbeite in solchen Pennen sehr gerne mit der Kakerlaken-Armee unter meinem Bett zusammen. Es sind alles sehr gute Männer, bis auf Charlie. Haben sie was genommen? Ja. Man sollte die Russen trotzdem nie unterschätzen. Wenn der Russe Honig will, dann kaut der Biene. Das ist Chuck Norris. Ja, der Russe ist Chuck Norris. Die Welt hat so viel zu pippen. Kokosnoten, Kokosnoten. Wer anderen ein Loch macht, er selber ein Loch. Das sagt man so. Ich hätte es nicht schöner sagen können. Ich werde es nicht mehr los geht. Ich werde es nicht mehr los geht. Das sagt man so. Das sagt man so.